Das Projekt WISH! Dein Leben hat sich mit den Fragen beschäftigt, wie möchte ich sein, wie möchte ich leben, was wünsche ich mir für mein Leben. Von letztem Sommer bis hierher haben wir ganz viel ausprobiert und experimentiert. Heute ist unsere Abschussveranstaltung von WISH und heute sind die Kids aus Huchting extra angereist, uns freiziehen und zeigen hier ihre eigenen Tänze und geben auch einen Workshop für die anderen Jugendlichen. Ich bin Lena Holz, die Choreografen im Projekt WISH und ich habe gemeinsam mit Jugendlichen aus Huchting Tänze choreografiert, eigene Ideen gesponnen, wir haben improvisiert und am Ende ein kleines Touchdown gemacht. Außerdem haben wir heute die Fotoausstellung mit den Maskenbildern und auch die Masken selber zum Angucken und Anprobieren. Was kannst du dir vorstellen zu sein? So voll mit der Fantasie hier reingegangen. Somit haben die auch nicht einen Charakter, sondern je nachdem, wer sie gerade dreht, kann sie bespielen und beleben mit dem, was gerade da ist und dran ist. Und so sind wir dann auch in den öffentlichen Raum. Und dann haben wir uns Orte gesucht, wo diese Figuren inszeniert werden können. Und dabei sind diese tolle Ergebnisse entstanden. Mein Gefühl ist, dass Jugendlichen, die bei WISH mitgemacht haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise sich künstlerisch betätigt haben, die sich selber einbringen konnten mit ihren Wünschen und ihren Ideen und viele neue Erfahrungen gesammelt haben. Auf Wiedersehen.